Du hast ein älteres iPhone-Modell und fragst dich, ob du dir das iPhone 15 Pro oder gleich das 16 Pro holen sollst? Oder du hast bereits ein 15 Pro und fragst dich, ob sich ein Upgrade lohnt? In beiden Fällen bist du hier genau richtig. Ich zeige dir alle wichtigen Unterschiede zwischen den beiden Modellen und zwar verständlich zusammengefasst, ohne das Video unnötig zu strecken. Nachdem sich die Pro und Pro Max Modelle kaum unterscheiden, nehmen wir diese auch noch in den Vergleich mit rein. Die genauen Preise findest du wie immer über die Links in der Videobeschreibung. Legen wir also gleich los. Als erstes die Änderungen beim Display. Dieses ist bei den neueren Modellen wieder ein Stück gewachsen. Bei der Pro Version von 6,1 auf 6,3 Zoll und bei der Pro Max Version von 6,7 auf 6,9 Zoll. Die Auflösung wurde auch erhöht, allerdings nur im gleichen Maßstab. Mit anderen Worten, die Pixeldichte ist gleich geblieben mit 460 ppi. Beide Displays sind also extrem scharf. Der zweite Unterschied ist, dass die Ränder jetzt nochmal dünner sind, was den iPhone-16 Modellen eine sehr moderne Optik gibt. Ansonsten ist aber alles gleich geblieben. Die Spitzenhelligkeit ist mit 2000 Nits hervorragend, das OLED-Display liefert schöne Farben und die Bildwiederholrate von 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen. Ein Nebeneffekt von den größeren Maßen ist, dass die Handys auch etwas schwerer geworden sind. Allerdings ist die Änderung nur minimal und kaum spürbar. Weiter geht es mit der Kamera. Der erste Unterschied ist hier die Ultra-Weitwinkel-Kamera. Diese ist bei den iPhone-16 Pro Modellen nun 48 Megapixel groß, statt wie zuvor 12 Megapixel. Das sorgt vor allem dafür, dass du bessere Landschaftsaufnahmen machen kannst, auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem wurde der optische Zoom verbessert, von dreifach auf fünffach. Du kannst jetzt also noch weiter in die Ferne zoomen, ohne dass die Auflösung darunter leidet. Und die dritte Änderung ist die neue Taste für die Kamerasteuerung. Die neuen iPhone-Modelle haben unten am rechten Rand eine flache Taste, welche touchsensitiv ist. Damit lässt sich die Kamera noch schneller und bequemer bedienen. Ein kurzer Druck macht ein Foto, ein langer, stärkerer Druck startet eine Videoaufnahme und ein doppelter Druck öffnet ein Einstellungsmenü. Indem du über die Taste wichst, navigierst du dann durch die Einstellungen. Und das hat sich bei der Leistung getan. Während im iPhone 15 Pro der A17 Pro-Chip verbaut war, haben die neuen Pro-Modelle den A18 Pro. Dieser ist doch mal ein Stück energieeffizienter und hat spürbar mehr Rechenleistung. Allerdings muss man sagen, die Leistung vom A17 Pro hat eigentlich schon für fast alle Anwendungen ausgereicht. Du kannst also mit beiden Handys problemlos Videos in 4K-Auflösung schauen und grafikintensive Spiele spielen. Ein anderer wichtiger Unterschied bei den neuen Modellen, der oft übersehen wird, ist die WLAN-Unterstützung. Die iPhone 15 Pro-Modelle unterstützen maximal Wi-Fi 6e, während die 16er-Modelle auch mit Wi-Fi 7 kompatibel sind. Wi-Fi 7 ist der neueste WLAN-Standard und wird bald auf den Markt kommen. Er hat eine höhere Reichweite, geringere Latenzen und ist deutlich schneller als Wi-Fi 6e. Du bist mit den iPhone 16 Pro-Modellen also besser für die Zukunft aufgestellt. Kommen wir jetzt noch zu Änderungen beim Akku. Durch den effizienteren A18 Pro-Chip und eine verbesserte Akkukapazität konnte auch die Akkulaufzeit verbessert werden. Bei dem Pro-Modell von 23 auf 27 Stunden und beim Pro Max von 29 auf 33 Stunden. Also eine ordentliche Steigerung. Der Wert bezieht sich dabei auf die Video-Wiedergabe, welche mitunter am meisten Strom zieht. Bei der normalen Nutzung im Alltag halten die Akkus also nochmal deutlich länger. Hier siehst du alle wichtigen Änderungen auf einer Seite zusammengefasst. Der Preis von den Handys wurde natürlich auch nochmal erhöht um ungefähr 10%. Die genauen Preise für die verschiedenen Ausstattungen findest du über die Links in der Beschreibung. Dort kannst du dein neues iPhone auch direkt bestellen. Also, lohnt sich das Upgrade zum neuen iPhone 16 Pro? Wenn du bis jetzt noch ein älteres iPhone-Modell hast, dann würde ich sagen, ja. Zwar gibt es beim iPhone 16 Pro keine weltbewegenden Innovationen, aber doch einige kleine Verbesserungen. Und der Preisunterschied zur Vorgängerversion liegt mit rund 10% noch im Rahmen. Wenn du aber bereits ein iPhone 15 Pro oder Pro Max hast, dann würde ich noch warten. Es sei denn, die genannten Änderungen sind dir die Investition wert. Und das war es auch schon mit dem Vergleich. Wenn ich dir damit helfen konnte, lass mir gerne eine positive Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.